Seit dem 1. Januar 2023 gilt das Plattformensteuertransparenzgesetz. Und das sorgt gerade für ordentlich Wirbel und es gibt unglaublich viele offene Fragen. Ein paar davon möchte ich in diesem Video beantworten. Hi, mein Name ist Mercher von der Kontosteuerberatung und mit dem Plattformensteuertransparenzgesetz werden große Plattformen im Internet dazu verpflichtet, die Umsätze, die auf dieser Plattform gemacht werden, an das Finanzamt zu melden, also z.B. Amazon, Ebay, Airbnb, Etsy usw. All diese Plattformen werden in Zukunft die Umsätze an das Finanzamt melden. Und in diesem Zusammenhang ist gerade ganz viel Aufruhr in Social Media und Medien usw. und es gibt wahnsinnig viele Fragen, die noch offen sind. Wichtiger Hinweis zum Anfang, erst einmal, wenn du noch gar nicht von diesem Gesetz gehört hast oder noch gar nicht weißt, was eigentlich drinsteht, wer betroffen ist und was das für Konsequenzen hat, dann schau erst einmal das Video, was ich dir oben rechts verlinke, an, denn da bin ich ganz genau auf diese Fragen eingegangen. In diesem Video möchte ich wirklich einfach nur die häufigsten Fragen beantworten, die ich in diesem Kontext gehört habe oder gelesen habe oder selbst bekommen habe. Die erste Frage ist, gilt das Gesetz auch für eBay Kleinanzeigen oder aber auch für Facebook Marketplace? Und die Antwort ist grundsätzlich ja. Aber wenn du das andere Video gesehen hast, weißt du, die Plattform muss geeignet sein, erstens um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, also überhaupt erst einmal den Kontakt herzustellen, und zweitens die Transaktionen auch auszuführen. Das heißt, reine Kleinanzeigenportale, wie z.B. mobile.de, sind nicht erfasst. Und ganz, ganz viele Menschen benutzen eBay Kleinanzeigen ja auch genau so. Die stellen z.B. ihren gebrauchten Laptop da rein und dann schreibt ihn jemand und überweist das Geld irgendwie über andere Wege, und dann wird der Laptop verschickt oder es kommt jemand vorbei und es wird in bar bezahlt. All das ist die übliche Anwendung von eBay Kleinanzeigen. Aber eBay Kleinanzeigen hat tatsächlich seit einiger Zeit auch eine Bezahlfunktion. Und damit kann man eBay Kleinanzeigen zumindest grundsätzlich auch so benutzen, dass du sowohl den Kontakt anbahnst mit Käufer und Verkäufer als auch die Transaktion ausführst. Und damit ist eBay Kleinanzeigen zumindest grundsätzlich mit dem Gesetz erfasst und wird auch diese Umsätze an das Finanzamt melden. Die nächste Frage hängt genau mit diesem Sachverhalt auch zusammen und die habe ich sehr häufig gehört. Und zwar ist sie, was ist denn, wenn ich bar bezahle? Dann weiß die Plattform, also z.B. eBay Kleinanzeigen ja gar nicht, ob diese Transaktion überhaupt stattgefunden hat oder in welcher Höhe sie tatsächlich stattgefunden hat. Das stimmt, dann wird das halt nicht gemeldet. Wenn eine Plattform nicht weiß, ob eine Transaktion tatsächlich stattgefunden hat oder zu welchem Preis sie stattgefunden hat, dann kann die Plattform das natürlich auch nicht melden. Die Plattformen melden die Informationen, die sie haben. Wenn du auf irgendeiner Plattform beispielsweise auch deine Adresse nicht eingegeben hast oder deine Steuernummer nicht eingegeben hast, dann kann das natürlich auch nicht gemeldet werden. Eine weitere Frage, die ich ganz häufig gelesen habe, ist, muss ich jetzt Steuern bezahlen, wenn ich über 2.000 € Umsatz liege? Oder muss ich jetzt mit der Geldstrafe rechnen, wenn ich in der Vergangenheit über 2.000 € lag und das nie gemacht habe? Und hier möchte ich ganz ehrlich alle Leute ein wenig beruhigen. Die 2.000 € Grenze ist die Grenze, ab der diese Online-Plattformen die Umsätze ans Finanzamt melden. Aber diese 2.000 € haben nichts, aber auch gar nichts mit deiner Steuerpflicht zu tun. Du kannst auch 20.000 € Umsatz machen und trotzdem keine Steuern zahlen müssen. Und es kann auch sein, dass du unter diesen 2.000 € liegst und trotzdem Steuern zahlen musst. Das sind komplett 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Gerade Sammler waren da sehr in Aufruhr. Wenn du Sammler bist, dann ist ja das Handeln, das Tauschen usw. dein Hobby. Das heißt, wenn du Briefmarken, Figuren, Karten, was auch immer sammelst, dann kann das sein, dass du hunderte Transaktionen pro Jahr hast und vielleicht auch zehntausende Euro Umsatz machst. Aber auf der Umsatzseite steht dann halt ein hoher Betrag auf der Ausgabenseite in der Regel ja auch. Das Ganze ist dann aber ein Hobby. Und wenn das ein Hobby ist, dann musst du auch in Zukunft keine Steuern bezahlen. Also, liebe Sammler, ihr könnt euch beruhigen. Ihr werdet jetzt durch dieses Gesetz nicht steuerpflichtig. Vielleicht auch erstmal ein genereller Hinweis zu dem ganzen Hintergedanken dieses Gesetzes. Das Ziel ist es nicht, jetzt irgendwas steuerpflichtig zu machen. Das heißt, wenn du privat irgendwas verkaufst, wenn du Sammler bist usw., dann wirst du wirklich nicht steuerpflichtig dadurch. Das Ziel ist es, Steuerhinterziehung zu vermeiden. Die Annahme ist, dass es Leute gibt, die auf irgendwie solchen Online-Plattformen Umsätze machen, Gewinne machen, zum Teil große Unternehmen darauf aufgebaut haben und die Steuern einfach hinterziehen. Und ganz ehrlich, das wird in Zukunft schwieriger und das halte ich auch für absolut richtig. Alle Leute, die sich privat auf diesen Plattformen aufhalten, die müssen keine Angst haben. Weil das Steuergesetz und das Plattformsteuertransparenzgesetz haben wirklich nichts miteinander zu tun. Deswegen diese ganze Aufregung, die ich überall sehe, die ist vollkommen unbegründet. Du wirst nicht plötzlich mit deinen Privatverkäufen steuerpflichtig durch dieses Gesetz. Eine weitere Frage, die ich gesehen habe, ist, für wen gilt das Ganze eigentlich? Ist das jetzt ein deutsches Gesetz, ist das ein Europagesetz oder gilt das weltweit? Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass das eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2021 ist. Und die wurde jetzt in nationales, also deutsches Recht umgesetzt und gilt in Deutschland jetzt ab dem 01.01.2023. Und auch andere Länder arbeiten an nationalen Gesetzen. So gilt auch seit dem 01.01.2023 in Österreich das Plattform-Meldepflichtgesetz. Das ist vom Inhalt ja fast das gleiche, weil es auf die gleiche EU-Richtlinie aufbaut. Das heißt, in Deutschland gilt erstmal dieses Gesetz, aber in den anderen EU-Ländern gelten Gesetze, die genau das gleiche besagen. Und wenn es sie noch nicht gab, dann wird sie es aber zeitnah geben. Eine weitere Frage und ein weiteres Bedenken, was ich relativ häufig gehört habe, ist, oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Bisher habe ich gar nichts angegeben. Ich habe unter Umständen sogar Gewinne gemacht. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die auf diesen Plattformen nachhaltig tätig waren und Gewinne gemacht haben. Und die große Frage ist, was mache ich denn jetzt? Und das kann ich dir leider so ganz pauschal, ohne deinen Fall zu kennen, gar nicht beantworten. Was ich dir aber dringend raten kann, ist, du solltest unbedingt mit einem Steuerberater sprechen, damit du besprichst, wie du damit umgehst. Das heißt, du solltest seine Selbstständigkeit natürlich anmelden und auch die entsprechenden Steuern bezahlen. Und zum Thema Steuerhinterziehung für die Vorjahre gibt es auch Lösungen, die strafbefreit sind. Das heißt, du musst jetzt nicht mit Gefängnis oder so rechnen. Es gibt auch Möglichkeiten, quasi das wieder sauber zu ziehen. Aber dafür solltest du mit einem Steuerberater sprechen. Ein weiterer Punkt, den ich noch einmal klarstellen möchte, weil ich das einfach an ganz vielen Stellen gehört habe, ist so die Panik, weil das Finanzamt jetzt sofort alles in Echtzeit weiß und viele haben irgendwie schon fast Angst, dass das Finanzamt jetzt sofort anruft und sofort ganz viele Steuern will. Nein, kein Stress, weil diese Meldung muss nur einmal im Jahr gemacht werden. Das Gesetz gilt zwar seit dem 01.01.2023, die erste Meldung muss aber erst bis Ende Januar nächsten Jahres gemacht werden, also bis 31.01.2024. Bis dahin kommt die erste Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern bzw. die Finanzämter. Solltest du unter Umständen noch etwas aufräumen müssen, dann solltest du jetzt handeln, aber dann musst du noch nicht damit rechnen, dass das Finanzamt bei dir morgen anruft oder klingelt. Eine weitere Frage auch in diesem Kontext ist, was passiert denn eigentlich, wenn das Finanzamt diese Informationen bekommt? Und ganz ehrlich, das kann ich dir so pauschal gar nicht sagen, weil wir haben in Deutschland wahnsinnig viele Finanzämter und es kann sein, dass das eine Finanzamt das anders verarbeitet als andere. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Meldung bis Ende Januar nächstes Jahr rausgeht. Und dann haben die Finanzämter diese Informationen und die werden die natürlich auch irgendwie benutzen. Allerdings wird bei dir jetzt nicht am 1. Februar nächstes Jahr das Finanzamt klingeln oder mit der Steuerfahndung vor der Tür stehen, weil das Finanzamt weiß ja noch gar nicht, ob du diese Umsätze erklären würdest oder nicht, weil du für dieses Jahr die Steuererklärung wahrscheinlich noch nicht Ende Januar nächstes Jahr fertig hast. Du hast ja für deine Steuererklärung deutlich länger Zeit. Und das Finanzamt kann mit diesen Informationen ja erst etwas anfangen, wenn sie deine Erklärung sehen. Das heißt, wenn du die Umsätze, die du auf diesen Plattformen gemacht hast, ganz normal in deiner Steuererklärung erklärst, dann ist ja alles in Ordnung, dann wird das Finanzamt auch nicht weiter unternehmen. Das Finanzamt heißt ja einfach nur, eine weitere Datenquelle zu überprüfen, ob du wirklich alles angegeben hast und in der richtigen Höhe angegeben hast. Aber das wird natürlich erst passieren, nachdem du auch deine Steuererklärung selbst abgegeben hast. Das heißt, kein Stress. Im Februar nächstes Jahr gibt es keine große Razzia vom Finanzamt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein paar Fragen beantworten. Wenn du noch Fragen hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Erstens, du schreibst uns einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da gerne weiter zu helfen. Ich möchte dich aber auch gerne aufmerksam machen auf unser Webinar, was wir genau zu diesem Thema machen und zwar am Donnerstag in dieser Woche. Wenn du das Video erst später siehst, dann verlinke ich dir unten aber einmal die Aufzeichnung von dem Webinar. Und in diesem Webinar kann ich auf alle Fragen eingehen, die du hast. Deswegen möchte ich dich an dieser Stelle auf jeden Fall zu unserem Webinar einladen. Ich möchte aber auch den Hinweis geben, dass wir eine Steuerberatungsgesellschaft sind und wir sind spezialisiert auf Selbstständige. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst bei Steuererklärungen, bei dem Erklären deiner Umsätze, dann schau dir doch einmal an, ob wir dir eventuell weiterhelfen können. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.